Hallo zusammen, ich habe mir neulich ein Video von einem befreundeten Tierrechtsaktivisten angeschaut, dem veganen Ethiklehrer, verlinke ich unten, und dabei ist mir etwas zum Verhältnis von Tier- und Menschenrechten in den Sinn gekommen, das ich hier mal zur Diskussion stellen möchte. Tierrechtler und zum Beispiel auch tierrechtsorientierte Veganer verwenden ja manchmal die Formulierung, menschliche und nichtmenschliche Tiere. Das klingt erstmal seltsam, damit nehmen sie aber eigentlich nur eine ganz normale biologische Perspektive auf uns ein. Wir Menschen gehören im Baum der Evolution ja zu den Menschenaffen oder Hominiden, die sind eine Familie innerhalb der Primaten, die gehören zu den Säugetieren und so weiter. Also sind wir biologisch betrachtet halt Tiere und keine Pflanzen oder Pilze. Und Tierrechtler möchten vermutlich mit diesem Hinweis auf eine gemeinsame Identität von Menschen und eben anderen Tieren darauf hinaus, dass nicht nur Menschen, sondern auch leidensfähige Tiere im alltagssprachlichen Sinne, Rechte haben. Nicht dieselben Rechte wie wir Menschen, das ist klar, es fordert wohl niemand, dass ein deutsches Schwein etwa an einer Bundestagswahl teilnehmen kann. Aber Tiere und Menschen haben zumindest ein gemeinsames Recht, nämlich das Recht, nicht unnötig leiden zu müssen. Das dürfte soweit allgemein bekannt sein. Der für mich neue Gedanke war dann aber in dem Zusammenhang folgender. Nämlich, dass eigentlich jeder Tierrechtler, der von menschlichen und nichtmenschlichen Tieren spricht, sich als Tierrechtler auch für Menschen einsetzen müsste, die unnötig leiden. Und das sind leider nicht wenige, gegenwärtig mindestens etwa eine Milliarde weltweit, nämlich die Menschen, die in sogenannter absoluter Armut leben müssen. Das ist definitionsgemäß jeder mit einem Einkommen von weniger als zwei Dollar pro Tag. Es geht also um Menschen, die hungern müssen, frieren, kein Dach über dem Kopf haben, keine medizinische Versorgung, damit kein Geld für Schmerzmittel, auch nicht, wenn sie im Sterben liegen und so weiter. Mehr als die Hälfte dieser Menschen sind übrigens Kinder und Jugendliche. Wer in absoluter Armut lebt, scheint mir, leidet zum einen erheblich und sein Leiden ist zum anderen vor allem aber halt auch unnötig. Es gibt nämlich heutzutage genug Ressourcen auf der Welt, um auch der ein Milliarde in absoluter Armut lebenden Menschen nachhaltig zu helfen. Aber es werden eben zu viele Ressourcen nicht zum Beispiel für Spenden an Entwicklungshilfeorganisationen oder im Bundeshaushalt für eine ordentliche Entwicklungshilfe ausgegeben, sondern, wie der bekannte Ethiker und Tierrechtler Peter Singer schrieb für, ich modifiziere mal eines seiner bekannten Zitate, Einkommen wird ausgegeben für moderne Kleider, teure Restaurantbesuche, ein raffiniertes neues Handy, Familienreisen nach Übersee, ein zweites Auto und so weiter. Und Peter Singer meint, wir sollten uns deshalb immer überlegen, ob solche Formen von Konsum von gleicher moralischer Bedeutung sind, wie Menschen in absoluter Armut zu helfen. Und wenn nicht, dann sollten wir eben nicht die modischste Kleidung kaufen, das Handy der letzten oder vorletzten Generation, eine günstigere Wohnung mieten statt eines schicken Einfamilienhauses. Da muss halt jeder gucken aufgrund seiner ethischen Grundposition, was er da für von moralisch gleichem Wert erachtet und das dadurch gesparte Einkommen dann eben für notleidende menschliche Tiere ausgeben. Wer also in ethischer Perspektive von menschlichen und nicht-menschlichen Tieren spricht und der Ansicht ist, dass ein im Sudan verhungerndes Kind mit Pocken per se nicht weniger leidet als ein Schwein in der Massentierhaltung, der sollte sich dann auch für diese menschlichen Tiere im Sudan einsetzen und sonst wo auf der Welt. Ich glaube, alles andere würde Peter Singer Speziesismus nennen. Zumindest manche Menschenrechte und das wäre die Pointe dieser Argumentation, sind demnach Tierrechte. Manche Menschenrechte sind Tierrechte und sollten deshalb auch von konsequenten Tierrechtlern im Rahmen ihrer Möglichkeiten geschützt werden. Was ich hier mache, ist etwas, dass man mit Hegel den Versuch einer immanenten Kritik nennen könnte und mit sowas macht man sich oft nicht besonders beliebt. Aber mir liegen die menschlichen Tiere manchmal halt auch besonders am Herzen.